ich habe hier raus machen machte ich komm ist jetzt bei weißen häusern aber wenn er irgendwo anders hin drauf läuft das ist ein spieler blaues t-shirt bei unserem gruppe heute aber der hat nichts weiße kappe los kommt er bei euch rein jetzt bei mir ist der andere mit dem roten der ganze läuft gerade bei den weißen häusern an der mauer bei der lagerhalle weiß verschwunden zwischen welche richtung läuft kann sein dass er jetzt bei euch wenn er aus dem fenster guckt meist bei den containern dass er da jetzt lang läuft ist immer gucken weil mütze rotes top weil es der richtung bauer gelaufen oder kann man dieses ganz schön aber bei mir bruder wir hatten alle im gebäude ja ich bin haupt eingang ich glaube ich glaube ich schießt das war jetzt lang richtung brücke hinten links und die straße die straße ich laufe ich laufe einfach ich habe dich verloren ja wo bist du ich bin hier an den contain an den kisten da wo du bist ja vor den vorderen ich laufe zu dem schmalen haus wo du die leute gesichtet hast ich bin voll geflogen man ja ein prozent fliegen kannst du hier auch zuerst ja nicht das erste mal keine ahnung ich weiß ich bin hinter dem schmalen gebäude in einem gebäude ich bin dahinter ich sehe zwei spieler auf dem damm ich hole sniper raus einer hat ein helm auf einer nicht für anlaufen das bin ich das bin ich das bin ich komme hinter dir her bei dem roten turm drin im ersten roten turm die sind beide drin die gucken nicht raus getroffen ich konnte euch anschleichen über die brücke wenn ihr wollt einer ist abhabein abhabein und der hintere der ist tot die funktionieren aber ganz gut muss ich dir sagen okay was läuft da vorne ich glaube es ist ein zombie ich habe meinen kopf gesehen deswegen hast du die kopf gesehen ich meine theoretisch wäre es möglich ach so dass man kommt oh gott was los nach rebeck nach was aber letztens hat sich mal mit magazin wollte ich aus dem klo trinken weißt du ist da kein wasser mehr drin was da los der schüssel geschnüffelt und nicht vergessen über die ritzen durchsuchen der schüssel geschnüffelt single fire check sniper ausgerüstet spieler von unserer seite zwei stück laufen genau den gleichen weg den wir gegangen sind vorsicht über das freie feld da ja ja die sind jetzt gleich da ich habe keine deckung bruder hier alter machte 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 ich muss die niederstrecken ich habe keine deckung weiter los ok los und da war es wieder bei dem spiel zählen nur die augen und ohren oh mein gott auf dem gerüst alter habe ich gesehen ich gehe mal schwer davon aus dass sie mich gesehen haben hast du der bus versteckt nein kann ich sehen unter beschussen schießt ihr noch einen kopf nach dem seinen hintern so verschießt den arsch wir haben noch alle drei sniper alter ich habe kein scope ich brauche nicht zuzunehmen kommt mal her dann schießen wir alle gleichzeitig in seiner tod immerhin ich denke euch den rücken auch mal ihre jetzt hier zum gerüst koks von der zweiten ebene zur dritten ebene die treppe da sitzt er gehockt und guckt richtung polizeireviel siehst du hat ja auf 3 schießt du dich hin dann kannst du besser schießen ich habe angst philippe den kopf zu schließen 1 2 3 einer tot einer tot vorsicht vorsicht der typ kann eventuell dein bein sehen wie auch immer vorne steht ok jetzt müssen wir aber mal kanalgas gehen und anderen holen ja der ist wahrscheinlich da ganz oben m16 auf börse gestellt ich gehe durch die gasse und nähere mich dem gerüst ich gehe durch die arme rum ok tom geh du mal zum bus da ja ihr guckt zum gerüst ja ja einer ist gerade unten bist du das jetzt oder ist der das ich bin unten am gerüst jetzt ok 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 ich sehe wo ist der zweite oder dritte ich bin am gerüst rebecca du bist deckung ja ja wenn du geht kannst auch ein bisschen nach links verschieben wenn du willst also sie ist das gerüst da ja wir sind dann ich habe keine nette oder so ja ich glaube ich glaube ich glaube jetzt hier hoch erst mal danach links hier nach hinten ja man guckt du mal weiter gerade aus vielleicht guckt er ja 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 ok ich rede jetzt guck auch korrechte den spalt und so nach oben was auch nicht dass ich da einer sieht das habe ich durch den spalt bluscht oder so kannst du mal hier gerade ausziehen nicht hoch gehe läufst du gerade ich bin hinter dir direkt ich sehe kein hoch tom ja kommst du mir vorbei ich gucke oben in den spalt rein becker siehst du gar nichts guck mal der kann jetzt nur noch oben sein willst du nicht mal so eine gasnader hochschmeißen doch keine ich habe nur smoke ok unten sitzt er nicht hier gerade aus ich gucke mal auf der hinter der treppe sitzt ja ich krieg mal hier durch die spalten guck mal dass er da nicht um die ecke kommt hier vor mir direkt ja siehst du was ganz oben rebecca ne ok komm mal hinter mir auch deine treppe wo wir ihn ein abgeschossen haben da ist auch keine ledig oder tom wenn ich sterbe lasst euch nicht holen ich sehe nicht sehen ich sehe nicht sehen wo ist er wenn ich da hoch geht rechts auf dem steg liegt er oder sitzt er guckt richtung treppe warte mal ich warte mal guck du mal treppe ich schmeiß mal hier unter den schmeiß ich eine rohrbombe vielleicht geht das ja ich weiß nicht wo die ihn geschmissen hat lebt er noch? weiß ich nicht er ist ganz hinten hinter der ecke verschwunden naja er lebt noch soll ich eine smoke auf die tue schmeißen? tot tot jawoll hat er sich nicht gewehrt oder was? vielleicht hat er mich nicht gesehen beide tot los check in sehr schön kanns nah kommen lass mal irgendwo dann nach links in irgendein haus und dann und dann oh Gott hast du es gesehen? nein oh er hat fast runtergehört ja spieler 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 tot check 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 Vielen Dank.